Krass, ey. Die Wartezeit ist ja so kurz. Da ist er. Das Nemesis. Stars. Stars. Der ist aber auch ein Riese. 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 Der ist auch ein Riese. Der ist aber auch ein Riese. Der ist aber auch ein Riese. Ein bisschen reinlaufen. Der müssen wir machen. Ansonsten musst du wiggeln. Und das willst du ja eh nicht. Also. Hoch mit dir. Ich weiß nicht so. Dich halten. Aber so. Ich habe so eine akute Unlust. Ah. Kommt. Er kommt. Er kommt. Oh mein Gott. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Ist er blind? Er hat uns echt nicht gesehen. WTF? Wir sind ja noch. Wir sind da sogar hingerannt. Als ob wir jetzt. Als ob wir irgendwelche. Wir haben die uns jetzt. Wir unsere Spur verwischen. Ich glaube der kommt von dort. Ah ne. Der ist dort. Dann machen wir weiter. Ziehen wir durch. Ich hoffe sie weiß schon. Dass sie hustet. Und er sie hören kann. Das war nicht fair. Arschloch. Oh. Ein paar Leute wohl auch schon kaputt. Ui. Oh mein Gott. Zambi. Ja. Lalalalalala. Oh mein Gott. Zambi. Lalalalalala. Oh mein Gott. 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 Ja. Oh mein Gott. perfekt stehen also wenn das fenster genau seitlich ist geil aber ohne scheiß dass da jetzt so ein fucking zombie ist jetzt nervig ansteigen können ja ich dachte hinten die mich einmal verschwinden das wäre zu schön um wahr zu sagen weil ich ihn vorhin nicht mehr gehört habe ich gedacht okay der hat mich jetzt anscheinend sich einmal gebissen jetzt wird er nicht mehr kommen aber er bleibt da wo der pfeffer wächst anscheinend genau neben mir das ist jetzt blöd naja ist halt so er kommt er wurde der retter der retten das gar kein soll wie das steht ich dachte es wird so wie ich dachte es wird fucking es wird so oh nee 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 oh mein Gott Warum ist dieser scheiß Zombie immer noch in der Nähe von diesem scheiß fucking Bus Achso, da hängt noch jemand am Haken Ups, und ich mache gemütlich einen Jen Ja, kann passieren Ohne Scheiß, ich habe den sowas von vergessen So, aber den ziehen wir durch So, XD hängt am Hook Oh, guck mal Was ist das denn alles vermisste? Person oder was? Oder einfach nur dazu da, um die Löcher zu flecken Eieieiei Boah Warte mal Chat Er hat mich gesehen Nee, doch nicht Er camped Pass mal auf Ich finde eine Möglichkeit Hier rauf zu kommen Tut mir leid, solange er One shot hat Komm ich da nicht runter Genau XD ist eh tot Lass ihn ruhig hängen Danke Es gibt hier bestimmt eine Möglichkeit Um hier rauf zu kommen Ohne Scheiß, wenn das klappt Dann bleibe ich hier drauf Scheiße Vielleicht, vielleicht mit einem Killer Das Problem ist, er kann immer noch one shotten Scheiße Ei, Joker Wenn du weißt, wo die Luke ist, dann Sei willkommen Hey, tut mir leid Heilen kann ich dich jetzt nicht Wir gehen Richtung Hauptgebäude Und hoffen, dass wir dort die Luke finden Und hauen ab Spür, Ritter-Sonnen Haben Bock mehr gehabt Es war mir zu dumm So kann sie wenigstens noch versuchen rauszukommen Ich bin einig, hierher Und wir gucken mal, dass es es gibt Und wir gucken mal, was ich eigentlich Ich bin einig, das für mich Ich bin einig, dass es so gut ist Und das ist ganz klein, wenn ich mir Ich bin einig, das für mich